Hallo, herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück zu FIFA 16. Mein Name ist Franconia, danke wieder fürs Eischalten. Nationaltrainer-Fähre vor Ägypten. Wir danken Pressekonferenz vor dem Spiel heute gegen Southampton. Aktuell ist er aus Frankreich weg. Gehen wir zum Spieltermin gegen Chelsea. Also gegen die müssen wir auch noch. Nochmal gehen wir zum Spieltermin gegen Manu. Alter, gegen Manu, alter Verwalter. Das kann ja noch lustig werden hier. Und Emirates FA Cup, zusätzlich 250.000 Ecken. Für englische Verhältnisse eigentlich gar nichts. Wir gucken mal kurz hier auf die Akteure der Woche. Wo sind da? Keine Abtrünnung, ich will mich verarschen. Hier, Akteure der Woche, ist da einer dabei von uns? Ist da einer dabei? Nein. Ist natürlich keiner dabei. Ihr Lucklump, ihr Kribbel da. So, wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle, wie es da ausschaut. Wir sind aktuell siebter. Jawohl, ja. Tordifferenz plus elf. Und haben hier mal so richtig, haben acht Punkte Rückstand. Alter, auf Asen, ne? Acht Punkte, alter, willst du mich verarschen, ey? Da kriege ich ja jetzt schon wieder Bauchweh, wenn ich das lese. So. Jo, die passen, die Trikots. Dann hätte ich doch gesagt, mal liegen wir doch gleich los. Im St. Mary's Stadium zu Southampton. Ich bin gespannt, wie ein Schnitzel. Zu Basel-O-Zoda. Scheiße, fängt schon wieder an hier. Bäm. Viertausend. Ja, zweieinhalbtausend. Dann renne ich wieder tausendmal dagegen, alter, Franconia, du Schlappschwatz. Fuck. Tsubasa-O-Zoda. Fuck. Fuck. Jetzt hat er endlich. Junge, Junge, Junge. Nein. Jetzt, hau ihn rein. Nein. Fuck. Das gibt's nicht, oder? Doch, es gibt's. Ha, 5000. Fuck. Okay, 16.000, noch was. Ich bin meilenweit davon entfernt. So, heute gegen den FC Southampton. Yo, gegen Everton im St. Mary's Stadium zu. Ja, Southampton, wie heißen die? Ich glaube, die heißen Soto, oder? Obwohl, die haben bestimmt einen Ahnen. So, hier die Ausgangslage noch mal. Everton Siebter, wir müssen gewinnen. Um noch halbwegs, noch zehn Spiele sind es noch halbwegs eine Chance zu haben. Um die internationalen europäischen Plätze. Und wir haben Anstoß. Sehr schön. So, Miralis, Obacht. Schön. Baines. Am ersten vorbei. Baines. Ja! Ah! Erste Chance. Forster hat die Kugel. Uh, gefährlich weitergeleitet. What grows. Vorsicht, what grows. Is growth. Fuck. Hm. Cedric, what grows. Gute Flanke. Die Flanke ist gut. Southampton führt 1-0. Paukenschlag in der fünften Minute. Ruid, oder? Der Ruid, was? Southampton führt mit 1-0. Hier nochmal. Ich führ nochmal nach außen. What grows mit der passenden Flanke. Um da nix zu halten. Für Wellenreuther. Boing! Das scheppert es im Karton. Dash! 1-0. Yo, Ruid, was? Wie faul. Schiri? Aus? War der nicht im Aus? Kollege? Bertrand. Brennaio. Berainio meine ich, sorry. Ach, rennen wir schon wieder am Rückstand hinterher. Rennen wir schon wieder am Rückstand hinterher. Und das wird auch nicht besser hier. Klesi, Rodriguez. Gut. Gute Zwischen. Der Telefon. Deuille-O-Foe. 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 Die Flanke ist gut. Und nochmal Ecke jetzt. Aufmänner. Aufmänner. Komm, macht den Ausgleich. Macht eure Fans glücklich mit dieser Ecke. Uh, Forster. Kein Problem. Berainio, Vorsicht. Guter Zwischen. Brains. Ja, macht das Spiel schön breit. Und weiter geht's mit Coleman. Junge, hat der Platz. Hat der Platz. Nächste Flanke. Nächste Chance. Wieder nichts daneben. Berainio. Fuck. Na, komm, kriegst du, kriegst du. Ui, 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 kriegt er nicht. Berainio. Berainio. Jetzt, Adler. Hallo, was war denn das für eine Flanke? Was war denn das für ein Pass? Reed nochmal. Berainio. Oben ist Rodriguez. James Rodriguez. Ist das der? Ist das der? James Rodriguez. Obacht. Obacht. Tor. Nein. Schön. Jo. Carthy. 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 Oben läuft einer. So ist es. Harry Kane. Harry Kane. Tor. Tor. Was? Abseits. Fuck. Abseits. 20. Minute. Der wäre so schick gewesen. Der wäre so schick gewesen. Nein, 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 nein. Vorsicht. Baines. Schön. Oh, wenn jetzt. Jo, der hat wieder Platz. Tolle Fö. Der gefällt mir echt gut. Ja, Harry Kane. Ach. Alter, was war denn das für eine Parade? Harry Kane. Hier nochmal. Bäm. Alter. Mit den Achseln rettet der Forster hier. Dieser Teufelskerl. Jetzt nochmal. Miralis. Nochmal Eckball muss es geben. Das muss nochmal Eckball geben. So ist es. Nochmal Eckball. 26. Spielminute für den FC Erwerden. Miralas. Kugel kommt wieder gut rein. Nochmal. Hau ihn rein. Da gibt es Foul. Da muss es Foul. Das gibt nichts. Keine Elfmeter. Nichts. Keine Elfmeter und gar nichts. So, Etzeller. Komm. Oben wieder. Yo. Kein Upside. Kein Upside. Coleman. Flanke ist gut. Dann nochmal. Abstoß. Nein. Keine Ecke. Gar nichts. Wort Pros. Im Gegensatz. Der kommt jetzt. Bertrand. Oder Bertrand. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Schön. Nochmal schön. Unten. Ja. Telefon. 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 Was war denn das? Was war denn das? Alter. Vorsicht. Nochmal. Oben. Yo. Nein. Wieder nix. Scheiße. What Pros. Berahino. Schön dazwischen. Yo. Kein Abseits. Kein Abseits. Lukaku. Lukaku. Alter. Was war denn das für ein paar Arten? Dieser Forster hält doch alles. Dieser Forster. Erfolster. Ja. Dieser Forster ist ein Teufelskerl. Rodriguez. Jetzt hat er eine Konterschoss. Rodriguez. Also ist der schnell. Ist der schnell. Junge. Junge. Jetzt hat er eine gute Flanke. Aber dann wieder nix. Barclay jetzt. Schön. Scheiße. 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 Ach. Wir spielen nicht gut. Wir spielen nicht schlecht, meine ich. Aber wir machen einfach die Tore nicht. Jetzt in der Konterschoss wieder. Rodriguez. Jetzt muss der Innenverteidiger leider raus. Jetzt ist natürlich auch Platz. in der Verteidigung. Schön. Ja. Klasse. Kein Abseits. Schön. Oh. Da geht er dazwischen. Da geht es aus. Ein guter Zwischen. Jetzt sind wir nochmal Reed. Berinho. Rodriguez. James Rodriguez, denke ich mal. Oder nochmal Rodriguez. Der ist schnell. Der ist gut. Uiuiuiui. So, Freunde der Sonne. Weiter geht's. Zwei Minuten Nachspielzeit. Unten ist wieder dieser Lukaku. Der sieht. Harry Kane. Was macht Harry Kane? Harry Kane. Der probiert es mit der Flanke. Aber dann wird er gefoult. Aber Schiri sagt nichts. Weiter geht's. Und da ist Halbzeit. In Southampton. 1 zu 0. Für Southampton. Scheiße. Crystal Palace. Tottenham 1 zu 0. Arsenal Essen Villa 1 zu 1. Bournemouth gegen Newcastle 0 zu 1. Liverpool 0 zu 0 gegen Chelsea. Die holen sich gegenseitig die Punkte weg. Norwich City gegen Sunderland 1 zu 0. Und Queens Park Rangers gegen Leicester City. 0 zu 0. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen sehr offensiv. Machen wir mal ein wenig aufpressen. Hat er gemahnt. Schön. Unten. Jo. McCarthy kommt leider nimmer hin. Scheiße. Rodriguez. Kamis Rodriguez. Jetzt geht's natürlich um die Wisch. 2,45 Minuten. Junge, Junge, Junge. Der ist gut. Der ist aber auch schon müde. Der ist auch schon ziemlich müde. Fuck. Nochmal ein Wurf. Für Everton. So, Jörg Jelka. Ui. Ui. Da wird er gefoult. Und das muss auch, denke ich mal, eine gelbe Karte geben. Oh, nee. Doch, oder? Nein. Kein Geld, ich hatte. Vorsicht, Vorsicht. Etzeler. Obacht. Nein. Oben. Jo. Miralas. Schön. Kein Abseits. McAfee. Fuck. Obacht, Kontoschance jetzt. Boah, Kontoschance. Berrachino, Berrachino, Berrachino. Jetzt muss den Nenverteidiger auch rein. Berrachino. Flank ist gut, aber nix da hier. Ui, joi, Junge, Junge, Junge. Obacht, nochmal. Vorsicht, Wellenreuther. Oh, jetzt nochmal Eckball. 70. Spielminute. Das 70. 49, 59. Entschuldige. Jetzt kommt Manera ein. Berrachino. So, Etzeler. Everton muss gewinnen. Wie gesagt, wir sind hier kurz. Wir haben zwar noch ein paar Spielchen zu spielen. Aber besser ist es, wenn wir hier doch jeden Punkt mitnehmen, wo wir kriegen können. Diesen Parade von Forster nochmal. Miralas bringt die Kugel rein. Sehr schön. Kopfball nochmal. Alter. Alter Schwede. So, Obacht, ich bin jetzt nochmal Konterschance. Junge, Mané, wo es will denn der? Wo es will denn der? Mané. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt spielt es gut aus. Jetzt spielt es gut aus. Fast ist 2 zu 0. Yes, das ist noch. Gut, Tadic. Rieser Chance für Southampton. So, Stones. Nimmt sich ein fränkisches Herz, wollte ich schon sagen. Stones. Stones. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was machen wir denn jetzt, Alter? Wir werden mal auswechseln hier. Für den Barkley. den Cleverley. Für Lukaku ist heute ein wenig unglücklich. Den Riviere. Und für den Defoe. Oder Delafoe. Oder Delafoe. Delafoe. Den Megidi rein. Denn wir müssen hier jetzt ein bisschen was machen. Hey, Schiri. Alter, die pfeifen auch nix, ne? Die denken sich, solange nur der Haxen dran ist, wird auch nicht pfiffen da. Obacht, Obacht. So, Southampton spielt das so clever. Coleman. Schön unten. Ach, wieder nix, wieder nix, Junge. Wieder nix. Und Barkley ist schon richtig völlig am Arsch hier. Schön dazwischen, komm. Gut, komm. Nochmal vorwärts jetzt. Junge, was ist denn das für ein Pass? Ich hab zu meinem Stürmer gespielt. Ich hab doch zu meinem Stürmer gespielt. Miralis holt sich die Kugel zurück. Coleman. Jetzt hat der schöner Pass. Auf Delafoe. 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 Fuck, 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 fuck. Ach, das siebzigste Minute, jetzt endlich die Dreifach-Auswechslung. Nein. Nein. Boah. Boah. Jetzt sind sie in Überzahl. Obacht, jetzt sind sie in Überzahl. Jetzt sind sie in Überzahl. Schön dazwischen. Unten. Jo, McGeady, McGeady, der hat jetzt Platz. Der ist jetzt schnell. Ja. Rivière. 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 Nein. Das gibt es nicht. Riesenschance für den FC Everton. Boah, da geht er noch mal übelst rein. Da geht er noch mal übelst rein. Junge, Junge. Und dieser Forster, ne? Der hält ja auch alles, Alter. Scheiße, Fehlpass. Ach, das ist wieder wertvolle Zeit. 85. Minute jetzt. Letztendlich meine ich auch. Foul nochmal, komm, Freistoß. Oben nochmal, Baines. Wieso, was wollen die hinten, bitteschön? Kein Abseits, Alter. Rivière, Alter, der ist doch echt nix. So, nochmal, wieder nix. Fehlpass, Alter, Fehlpass. Weißt du, da passt du einmal nicht auf. Da passt du einmal nicht auf. Und dann das. So, nochmal McCarthy. Nein. Oh, Vorteil, alter Vorteil. Nein, da ist es aus. Wir verlieren gegen Southampton. Nur zu einzig. Och, Gott und Gott. Ich glaube, wir... Ich glaube, wir... Ach, ich glaube, wir... Ich glaube, das war es auch. Jetzt wird es ganz, ganz schwer. Es kommen keine leichteren Spiele. Das ist das Problem. Jetzt spielen wir als nächstes gegen Manchester United, dann morgen. Ei, ei, ei. Wenn du gegen den Elften nicht gewinnst, wie willst du dann gegen den Zweiten gewinnen? Ach, Gott. Naja, was sonst. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal und bis morgen zu FIFA 16. Macht's gut. Servus. Ja, was sonst. Untertitelung des ZDF, 2020